Hartz-U-Vielig Willkommen zu einem klitzekleinen neuen Let's Play auf meinem Kanal, Freunde, und heute ich habe die Problemlösung für alle Probleme auf dieser Welt gefunden, Leute. Ich habe sie hier und wir haben sie direkt hier vor unseren Augen und wir starten ein neues Spiel. Wir spielen heute The American Dream, Freunde von Samurai Punk Virtual Reality Trips. So, Subtitles. Wollen wir mit Subtitles spielen? Dann können wir wenigstens alle was lesen. So, falls der Kreis mal wieder nicht richtig zuhört. Nine respected companies came together to craft a vision of the future of America. They set upon themselves one key question. What makes America great? Is it the sweat of a browse? Ja! Oh! Ne? Is it the beautiful land upon which we built our homes? Ja! Hm. It is the ability for any man to achieve whatever he sets out to do, using the tools of his great nation. Ja! Waffenfreunde! Welcome to the American Dream. My name is Buddy Washington and I will be your guide. Thank you, Buddy. We will be going on a trip through time to discover the magnificent future that lies ahead with you and your guns. Soon you'll learn just how guns will be able to help you live life to the fullest. And as a special treat at the end of your tour, you'll get a sneak peek into the wondrous gun factory of tomorrow. Yeah! ... with humble gunsmiths twirling away in their workshops. But a much grander future is in store for us. Press the green button in front of you and we'll continue onward. Before we get started, we need to perform a brief questionnaire. A background check to gauge your eligibility to participate in the American Dream. Please select your gender. Oh. Male. Diffen. Select your skin towel. Oh, welche Hautfarbe habe ich? Amerikanisch! Have you handled the firearm before? Äh, ja. Have you been convicted for any serious criminal offenses? Nein! Natürlich nicht! Which is your dominant hand? Rechts! Are you kindly on any terrorist watchlists? Uh... Uh... Yeah! Also, a word of warning. Please be aware of your surroundings while you experience the ride. You'll be waving your hands around a lot. So best not to play next to an ancient Ming vase or a full coffee pot. We want you to have a safe and fun journey. Please enjoy this brief introductory video. Ah, the hall. The busy set-up piece of American life. It's where you'll find a diligent wife tending to her family's needs. To peek inside. You might find her preparing her husband's favorite view. Caring for their beautiful child. Hahahaha... Or even taking a little extra time to make sure everything's nice and clean. I applied to it. Hahahaha... Meanwhile, the husband is hard at work, providing for his family. Whether he spends his days as a blue-collar worker in a green factory, or as a young corporate manager on the rise, it's his job to bring home the bacon. On the weekends, husband does his part around the house as well. And finally settling down for some well-earned R&R. Ach, das ist ja wunderbar. Das Baby mit der Knarre da. The kind of family, everyone should aspire to be. Genau. Oh, Leute, das ist geil. The green button in front of you to begin your journey. So, jetzt sind wir natürlich eingewiesen. Freunde, der echte Kreis im wahren Leben, nur um das nochmal zu sagen. Ja, ich bin kein Freund von Waffen und deren Nutzung. Aber das hier, das lasse ich mir nicht nehmen, Freunde. Ha, ha, ha. So. Now entering tutorial. You may have noticed that you're carrying a pair of Cotter 1912 single-action semi-automatic pistols. Oh. From the battlefield to your back pocket. The Cotter 1912 will be the tool of choice for all your everyday needs. Let's see how the baby of tomorrow will learn how to use their very first gun. Before you can use the gun, you'll have to load it. Oh, guck mal, mein Moby-Lady, cool. Move your right gun across onto the magazine. Oh, geil. Oh. Nothing like the sweet sound of a magazine slump. Great job. You're now armed and ready. Baby's hungry. We need to let Mommy know. Knock on the door a few times to get her attention. Mama. You did it. Mommy's here and look what she has. Oh, Mama Müsli. Mama Müsli. Mama. Looks like you're out of bullets. Hit the orange buttons on the side of your cart to get more magazines. Yum, yum. Scrumbridge Farms' cold-pressed coagulated baby feed. It's made from 90% high-fructose corn syrup and 20% horse meat. The taste of freedom in every bite. Baby's gonna grow up big and strong in no time. Now it's time for a little twins. We want to make sure, baby is well educated as well as being a good shot. Which one of these is the triangle? Ich brauche ein neues Magazin, Mama. Oh, nice. Oh, wie geil ist das denn? Ich bin voll schlau. Ich kann, was ein Baby kann. Das kann aber ein Baby nicht. Oh, mein Lieblings... Oh, der Präsident! Interessante Wahl. Hahaha. Wie viele Blätter sind da in einem Standard-Cardar 1912-Magazin? Äh, warte mal. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht. Oh, warte mal. Oh, daneben. Acht. Wie cool ist das? Wie cool ist das? Oh, mein bester Freund. Natürlich. Ich bin ein patriotischer Amerikaner nun. Hab ich schon. Hab ich doch schon. Ach, da hinten auch noch. Oh, ist das cool. Oh, Mann, oh, ey. Ich hab aber auch ein Aim hier in der virtuellen. Ich kann mit rechts besser. Hahaha. Hahaha. Okay. Wie geht das? Das wird mir das... Ich salottiere. Oh, guck mal, der kriegt mein Geld für... Oh, sieben Dollar. Oh, ich hab da oben irgendwas amerikanisches zerschossen. Ey, ich muss ganz kurz mal hier, bevor wir jetzt weitermachen, aber ich find diesen, diese Möglichkeit hier nachzuladen, also wie man das macht, so dieses Klick und dann fliegt das Magazin und du schnallst es so in deine Knarre. Das ist ja wohl mal mega cool, Leute. Amerika! Hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Achtung! Patriotismus, Freunde! You risk a lifetime of neglect, missed Little League games, and eventual abandonment. Hard, heavy days. Sipra Baseball? I love it so much! The coolest place to be. Because it's full of... ...Dans! Don't worry! It's not that important that you're good at Baseball. Daddy will just have to hang himself. That's all I've taken to the World League... Ahaha, Leute, sorry! Oh, ist das cool! Cool! The trainer! Happy days! I wish my dad played catch with me. His paws made it tricky though. Okay. I like the feel of this one. Did you hear the talk about the Baseball? It will leave you in stitches! How cool is this? How cool is this? It will happen even earlier. And in the safe environment of the hall. Why was the Baseball player... How cool is this? Just think of your gun as a better, more shooty Baseball glove. Oh. What's here? Why do you always want to do that? Why do you always do that? What's not? How cool is this? How cool is this? I even can't even open the camera and look at it... Was stimmt denn hier nicht? Also irgendwie hat er doch gerade ein Problem, oder? So, herzlich willkommen zurück. Wir versuchen es jetzt nochmal. Unser Dad hat irgendwie gerade, hat er sich ein bisschen aufgehängt. Oh. Danke, Dad. Ich will auch jeden Tag trainieren nach der Schule. Guck mal, die Gießkanons, das war doch vorhin alles noch gar nicht da. Also irgendwas... Geil. Oh, ich bin... Ich spüre schon die Amerikanisierung. Es wird immer besser. Dad. Du bist ja ein richtiger... Warum ist der Baseball player drum? Das Ball ist ein bisschen schütter. Speaking of which, wonder what Ned's up to tonight. It is Tuesday, after all. I'll be taking you to the little league every week after years and years to come in no time. If you'll be training after school as well, happy days. Yeah. In the past, it was a sacred bonding experience to take children out hunting and teach them to use their first guns. However, since the children of the future will grow up with guns right from the moment above, family bonding can happen even earlier and in the safe environment of the home. Oh. I'll be taking you to the little league every weekend for years and years to come in no time. If you'll be training after school as well, train it already. You have no idea how much self-control it takes. Oh. Habe ich mich erschrocken, Alter? Werf doch nicht so heftig. Vater, bist du besoffen, Alter? Yeah. Haha. Daddy, so cool. Noch eins. Ha, 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 ha. As you now see, guns create new exciting experiences for the entire family unit, making them even stronger than the families of Yostia. They can all share in the Patriot experience and have fun whilst keeping everyone safe. An armed family is a happy family. Yeah. Okay, hier habe ich jetzt irgendwie nur zwei Dollar verdient. Warum? Ich habe 13 Bälle getroffen. Mann, ich will mehr Geld. Hahaha. Okay. Was ist das für ein Geräusch, da drin hast du wieder? Was ist das für ein Geräusch? Hat er einen Querschläger abgekriegt oder was? Zack, das ist so geil Leute, ich mag das, ich liebe das, Clarkson, da fühlt es sich richtig cool. Oh yeah. Ja genau. Ah, das sieht viel schöner. Großartig, Hone. Lass uns diese Kürtchen öffnen und lass uns ein bisschen frisches Luft. Diese Tür würde sicher einen großen Knifffpunkt machen. Ja, wahrscheinlich kann man... Ah nice, aber ich hab nicht so viele Dollar, ich hab nur 13 Dollar. Wir haben den Simpsons M1905, eine großartige Brust-Aktion-Rifle. Diese versatilte Werkstatt war die Standard-Issue-Rifle für die US-Militarie in World War I und ist immer noch benutzt. Das war das, das zu diesem Tag. Schau, ich bin nur capable of firing one shot at a time, was the Simpsons lacks in Raid of Fire, it certainly makes up for in range. Aha. Okay. Ja, guck mal, wie gefährlich Süßigkeiten sind. Da haben wir es doch wieder. Jeeey! Okay. Äh, Leute, ich würd sagen, bevor wir die Knarre kaufen, sehen wir uns dann in der nächsten Episode wieder von The American Dream. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle schon ein bisschen amerikanischer als vor dem Video. Also, ich, äh, denke, wenn wir mit dem Let's Play durch sind, werde ich auf jeden Fall nach Amerika gehen, denn es sieht nach viel, viel mehr Spaß aus, als ich bisher eigentlich geahnt habe, Freunde. Und wir nehmen natürlich das Patriotensymbol da hinten noch mit und drehen den Globus. Äh, ja, Freunde, ich würd sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Wow, wow, hohoho, das war gefährlich. Das war gefährlich. Wir laden nochmal nach. Alles klar, Freunde. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und reingehauen! Vielen Dank.